Mein Name ist Fim Bogason, Alfred Fim Bogason. Er ist cool, entspannt, sympathisch und er spielt gerne Billard. Billard ist toll, du kannst mit Freunden spielen, entspannen, Spaß haben. Ich bin nicht so gut, aber es ist schön mal was anderes zu machen. Fim Bogason ist ein Sprachtalent, sprich sechs Sprachen. Obwohl er erst seit Februar in Augsburg ist, überraschte 27-jährige Isländer mit seinem schon sehr guten Deutsch. Ja, ich habe schnell gelehrt, weil ich habe zweimal in der Woche einen Lehrer zu Hause, die Basis zu lernen. Und dann höre ich auch viel und sehr viel, ich lese Hefte und Zeitungen zu lernen. Ja, dann kommt es sehr schnell. Der FCA hat den Stürmer bis zum Saisonende vom spanischen Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen. Geht es nach ihm, dann würde er gerne länger in Augsburg bleiben. Ja, das stimmt, ich würde gerne länger bleiben. Ich bin sehr glücklich hier und der Verein ist sehr zufrieden mit mir. Das ist doch alles perfekt. Fim Bogason ist schon jetzt kaum mehr vom Team wegzudenken. Schnell hat er sich in die Mannschaft eingearbeitet, ist eine super Offensivkraft für den FCA. Der richtige Mann zur richtigen Zeit. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielt er Ende Februar beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Seitdem hat er noch mehrfach zugeschlagen. Seine Teamkollegen loben ihn als den Spieler mit der gewissen Kaltschnäuzigkeit, als Weltklasse. Doch Fim Bogason bleibt bescheiden. Ich spiele mein Spiel. Mein Job ist es, Tore zu schießen. Das Wichtigste ist, dass ich mein Bestes für das Team gebe. Ich versuche immer konzentriert zu sein. Es läuft zwar gerade gut für mich, aber ich weiß, ich muss entspannt bleiben und hart arbeiten. Nur so verbessert man sich und hat Erfolg. Im Privatleben bevorzugt es Alfred entspannt und relaxed. Da kommt in sein neuer Wohnort Augsburg sehr entgegen. Ja, es ist schön hier. Entspannt, nicht zu groß, nicht zu klein. Es gibt gute Restaurants, tolle Plätze, wo man hingehen kann. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Alles, was ich brauche, habe ich hier in Augsburg. Finn Bogason ist glücklich, dass Island an der EM in Frankreich teilnimmt. Sein Traum, in der Startelf seiner Nationalmannschaft zu stehen. Es ist ein Traum, alle isländischen Fußballer bei einem großen Turnier mitzumachen. Zum ersten Mal in der Geschichte Islands sind wir nun dabei. Alle Beteiligten sind aufgeregt, ich auch. Nun ist es Zeit, weiter Billard zu spielen. Doch vorher der Abschied auf Isländisch. Wer es nicht verstanden hat, das heißt, danke fürs Zuschauen, man sieht sich.